Prignitz. Der Tourismusverband Prignitz, die Volks- und Raiffeisenbank und viele weitere Partner laden am 23. und 24. Juni zum mittlerweile 26. Mittelalterspektakel auf die Plattenburg. In diesem Jahr steht das beliebte Event unter dem Motto Putz, Pestilenz und Adalas, Wohl und Siechtum im Mittelalter. Passend zum Motto gehören ein großer Pestumzug sowie ein mittelalterliches Badehaus zum Programm. Weiterhin können sich die Gäste auch 2018 auf Ritter, Gaukler, Stilechte Musik und ein großes Angebot für Kinder freuen. In diesem Jahr können sich Besucher auch wieder für ein Wildniscamp außerhalb der Plattenburg anmelden. Karten im Vorverkauf gibt es in den Touristeninformationen in Wittenberge und Perleberg.